Zeit für Kaffee und Puppen. Jetzt auf, jetzt nicht groß. Heute Abend erst mal Nasenhaare wachsen. Wir sind auf dem Weg zum Abendessen. Stürzchenperle. Das Brot ist einfach so schön warm. Fett auf Zestfest. Die Champignons sind der Hammer in Thymian eingelegt oder so. Das war so unglaublich lecker. Oh mein Gott. Und jetzt haben wir noch Eis mit der Hina bestellt. Cheers! Snickers? Oh mein Gott! Alter. Alter, wie lecker. Alter. Ich rede gleich über das Abendessen, aber ich habe meine Wattepad zu Hause vergessen. Und die liegen gerade einfach so rum. Ist jetzt schon verführere Stimme zu nehmen. Dieses Abendessen war vorzüglich. Ich habe diese Falafel, ich habe noch nie so eine Falafel gegessen. Es war einfach eine andere Konsistenz. Es war einfach anders lecker. Und jetzt hatten wir gerade zum Abschluss. Was war das für Eis? Das Gericht. Das Gericht mit Tahini. Genau, es war auf jeden Fall Eis mit so Tahini oben drüber und so. Und so Mandelblättchen. Das war so unglaublich lecker. Und jetzt laufen wir zurück zum Hotel. Yay! Oh Gott! Oh Gott! Unser Hotelzimmer hat zwar keinen Schreibtisch, keinen Kleiderschrank und die Badezimmertür funktioniert nicht richtig. Aber dafür haben wir diese wunderschöne Aussicht. Wow! Jetzt stellen wir uns mal vor, dass wir alles nicht an einer konstanten Baustelle. Ich bin hier mit meiner Perle. Du machst mir Angst. Ach krass. Der Balkon ist so schön. Mama sollte gerade Bilder von mir machen. Und lass uns einfach nicht weiter darüber reden. Also wir machen einfach keine Bilder mehr heute. Zum Glück habe ich meine Mama aber ganz so lieb. Und wir haben gestern diese richtig leckeren... Danke Maus. Wir haben gestern so richtig leckere Kekse geholt bei seiner glutenfreien Patisserie. Und vielleicht... Eventuell hatten wir Vorurteile und dachten, das würde aus irgendeinem Grund vielleicht nicht gut schmecken. Aber die sind richtig richtig lecker. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nachdem wir vorhin das beste bayerische Essen überhaupt hatten, ich hatte so richtig gutes Raum geschnetzeltes und meine Mutter das Wiener Schnitzel. Jetzt habe ich bayerisches Essen gesagt und Wiener Schnitzel in einem Satz. Auf jeden Fall war das sehr gut und jetzt sind wir sehr voll und ich bin auf der Suche nach einem Kleid. Daumen drücken, dass ich daraus finde. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir gehen jetzt wieder mit der Gäste. Ich bin so voran, dass du wiederhierst. 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 Ich bin so voran, dass du wiederhierst.